Auf der Range Bälle zu schlagen ist zunächst einmal sehr viel einfacher als auf dem Platz, aber auf jeden Fall auch sehr wertvoll, um Sicherheit in sein Spiel hinein zu bekommen. Es gibt Autodidakten, die schaffen das ganz alleine. Die können hier ein paar Bälle schlagen, schon läuft das und vielleicht auch bei der Geldanlage einfach mal so ein Laufband im Fernsehen sehen und schon hat man eine Anlagestrategie. Aber ganz ehrlich, sowohl professionelle Golfer als auch Amateure tun gut daran, Rat zu suchen beim Pro und mit dem auf der Range Tipps auszutauschen. Der Pro in der Sparkasse heißt anders. Er heißt Anlageberaterin und Anlageberater, haben eine ähnlich lange Ausbildung hinter sich, Erfahrung und beobachten Märkte und Anlageprodukte so intensiv, dass es sich lohnt, die Vorteile der Arbeitsteilung zu nutzen und auf diese Personen zurückzugreifen, um den eigenen Entscheidungen dieser Hilfe eben mehr Sicherheit zu geben. Und das Zweite ist etwas, wo es eine ganze Reihe von Untersuchungen zu gibt. Speziell bei der Geldanlage gibt es häufig eine sehr, sehr emotionale Bindung zu einmal gekauften Aktien. Da hält man dann daran fest, egal wie tief sie vielleicht mal gefallen sind oder schlecht die zukünftigen Perspektiven sind. Diese emotionale Bindung aufzubrechen, dafür ist eine dritte Person, in dem Fall der Anlageberater, sehr, sehr wichtig. Und eine gewisse Selbstverliebtheit werden wir Golfer auch an den Tag legen, wenn es heißt, hey, wir haben einen Superschwung. Und den jetzt umzustellen? Nein, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre. Und dann hilft einem der neutrale Betrachter, der Pro, der Ihnen dann schon sagt, mit welchen kleinen Schwungumstellungen tatsächlich das Handicap leichter zu reduzieren ist. Vor diesem Hintergrund wünsche ich uns allen, dass wir die Offenheit haben, dem Pro zuzuhören, ihm zu folgen, Veränderungen am eigenen Schwung zu mehr Sicherheit und Konstanz durchzuführen und genauso den Worten in der Anlageberatung zu folgen und hier eben dann ein besseres Ergebnis in der Portfolio-Rendite zu erzielen.